Hallo Freunde, willkommen zu meinem neuen Video über Age of Empires 2. Heute das Thema die Franken. Die Franken sind das heutige Frankreich, also könnt ihr eine französische Folge heute erwarten. Diese Folge hat sehr viel Geschichtsunterricht für mich mitgebracht, für euch ein wenig kurz gefasst. Damit es auch natürlich noch viel im Kopf bleibt, die Informationen, die ich euch mitgeben werde. Ihr dürft natürlich wieder nach den ersten Folien, wo die Audiodateien zu sehen sind, am Ende pausieren. Ich werde wieder runterzählen, damit ihr ein wenig mitraten könnt, die die möchten oder die ein wenig französische Erfahrung haben. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben sehr viel vor uns. Welche Sprache haben die Franken eigentlich gesprochen? Mittelfranzösisch. Das war die Sprache zwischen Altfranzösisch und dem heutigen modernen Französisch. Gesprochen wurde es von 1340 bis 1610 circa. Die Region der Sprache war das heutige Frankreich. Bei der Recherche ist mir auch einiges an Südniederlande und einige Teile von Belgien gezeigt worden, die allerdings nicht von vielen belegt werden konnten. Deswegen habe ich diese mal ausgelassen, aber gut im Hinterkopf zu behalten. Wir werden einige Wörter sehen, die natürlich gefühlt... Wir werden einige Vereinfachungen in der Sprache sehen, die wir auch bei den mittelhochdeutschen Videos, bei den Teutonen und den Goten hatten. Und auch einige Entwicklungen und Wörter, die komplett verschwanden und die heutzutage kaum übersetzt werden können oder ersetzt wurden. Folie Nummer 1. Ich lese erstmal nach der Reihe alles vor, dann hört ihr die Audiodateien und dann werde ich abzählen. Bei dieser Folge habe ich das Französische nebenan gepackt zum Vergleich, was es heute bedeutet oder wie man es heute schreibt, schreiben würde. Die weibliche Version. Drei, drei, zwei, eins. bedeutet was tun das habe ich nicht geschrieben weil das an meinen deutschkenntnissen liegt sondern ist der ganze satz was soll ich tun wie auch eben eben erwähnten als hochdeutsch mittelhochdeutsch wurde es hier imitiv ausgedrückt red bedeutet bereit ja was los was ist los was kann ich tun keine sorge freunde es gibt natürlich auch wörter die komplett verschieden klingen und wie gesagt verschwunden sind drei zwei eins 8 oil rags verität dazu haben wir schon einen kleinen geschichtsunterricht und zwar bis zum mittelfranzösischen wurde das wort verax statt verität benutzt das kommt aus dem lateinischen und bedeutet erfahrt ihr auf der nächsten folie ist wieder eine vereinfachung oder eine verkürzte form je vais laba cert cert oil oil verax verax livet livet 3 2 1 cert bedeutet sicherlich hier ist schon das erste wort was komplett den faden verloren hat ihr werdet auch in den anderen beispiel später merken es gab keine feminine form es wird immer eine gesamtform für alles benutzen wie bei uns früher maro butin your button battisseur battisseurs inен 0 maro maro casting bei 12 1 wie long pisa bedeutet bauer bäuerin fischer bedeutet fischer fischerin maro boutinier bedeutet sammler batisseur bedeutet baumeister 321 hier kommen wir zu einem geschichtlichen part wo ich vorab erstmal was sagen muss mit monge ist höchstwahrscheinlich die dünne laden gemeint das wort man kann man heute wenn man recherchiert sehr schwer was dazu finden ich habe allein schon für das wort 15 minuten gebraucht um da irgendwie was zu finden was sinnvoll ist und was womit man etwas anfangen kann monge war zu der zeit vom karl des großen ein kriegsruf ein kriegsschrei karl der große war im heutigen aachen unterwegs oder auch wie es im französischen heiße la chapelle und er hat selber die fränkische sprache benutzt und mir gibt es heute auch nicht es ist einfach eine stadt momi rei schreibt man heutzutage nicht mehr momerei war eine feudalistische französische familie im mittelfranzösischen zeitalter und hiermit ist wahrscheinlich mit dem schrei den wir gleich hören werden das haus der momi reis gemeint artisan chasseur bon joa bon joa artisan artisan chasseur 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 heute diese fälle werden wir auch öfter bemerken bemerkt haben bei 221 artisan handwerkerin chasseur jäger jäger rennen das war es schon mit dieser folie ein bisschen mehr geschichte als translations 221 da heute tion le vortre mineur mineur asso asso alle battei alle battei alle battei 3221 da bitte dein ist komplett verschwunden tion kann man ein bisschen ableiten und wahrscheinlich die meisten wissen minen arbeiter minen arbeiterin assault da ist das l mit der zeit verschwunden angriff aller battei alle battei in den kampf so freunde das war es mit dem heutigen video wie gesagt ein bisschen viel geschichte mehr als übersetzungen weil die übersetzungen gefühlt 1 zu 1 zu übernehmen waren außerhalb die sonderfälle wenn ihr mir ein volk vorschlagen wollte oder irgendwelche video ideen habt bezüglich sprachen gerne vorschlagen ich freue mich auf jeden kommentar das letzte video hat sehr schöne kommentare bekommen die mich noch weiter motiviert haben weiter zu produzieren und zu recherchieren also freunde auch bei den deutschen franken video wir werden einige erfahrten ja mal bei der bei dem war natürlich wieder eine primitivere form hier kommen schon die ersten wörter die verwirrung ich